hallo liebe freunde da sind wir wieder zu einer neuen folge grünwand clique so ich habe gesehen herumlaufen malzeit malzeit grüß gott mit dem hexen gehen wir weiter unser kumpel musste weg wir waren gerade eben am rein wir wollen ja weiterfahren da bin ich hier eingefahren er musste unbedingt nach hause anruf gekriegt ja das eine feld und ja beim wein noch machen oder ihr wollt beim gras war ich nur nicht da muss ich ein anderer hexen mit holen oder ja man muss mit dem john der hexer ist kein problem aber wir tun das alles hier in der silo jawohl jawohl gut ich bin überlegen ich fand dann auf dem silo festfahren du hast gemeint das ging also gut parat dann hat aufbereiter gekauft eine pick-up für den ja und natürlich wüsste doch der letzte besprochen weil er nicht irgendwas mit dem händler besprochen ist schon weg die die mannach haben die man nachziehen wollten oder sollten ist hier weg hier steht nie wird es und die denn das ist schaufel aber dann müssen wir auf einem händler stehen war oder ich glaube das gebiss der irgendwas habe schon mitbekommen da wird beim händler hier steht schon der da muss der mit weg damit haben wir nicht vorgemacht ja wacht macht er soll man es beim eigenen haus probieren oder vom händler aus wenn wir den noch telefonieren muss man kriegen ob das alles so funktioniert wie man wollen ja probieren wir ob du den netter beheuer verkaufen und wir haben keinen anderen ja wenn er jetzt zum weinberg fahrt da können wir gerade vorbeifahren oben ja wir können sie erst zum weinberg fahren dabei kann das organisieren und dann schauen wir was für die wiesen geht genau was am besten wer zum kaufen genau wie gesagt wenn man den kaufenden aufsatz dann haben wir gucken aber das ding da los werden ich weiß genau das zeug an ihr hände dass alles hier drauf kommt ja ja alles so alles ja gut da könnt ihr dann nachher auch noch mitfahren ja ich komme mit müssen ich bin schon zu weit habt dann kann ich ja ein zwei türen mal mitfahren klar natürlich das geht auf jeden fall könnten aber auch mit zweiten handen also blöd oder da müsst ihr mal aufhängen das dann holt du mir weg sein mit dann kannst du bei der hexe wenn er die an weg wird was ich mein immer mal hier ist der glas hänger dann hänge ich den ab den hängst hinter den hexer und da könnt ihr einfach im feld tauschen ja erstmal mit dem traktor rüber ja ja du fährst ich weiß nicht womit du fahren willst ich war hier mit dem dem mf dann hänge ich den hirn jetzt ab dann müsste normalerweise auch hinter den hexer passen oder ja da hat die kubel oben dann müssen gehen das müsst ihr hinhauen ja klappt gut dann fahr ich mal darüber genau so immer weiter ich gucke ob ich das so hinkriegt das tue ich manchmal das tiebeschild vorne drauf das machen wir besser drauf dann so ein bisschen weniger gewicht aber ich kann besser schieben ja 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 Ich würde jetzt so lieber mit dem Deutz machen, aber der packt jetzt gar nicht hier. Ich würde jetzt so lieber mit dem Deutz machen, aber der packt jetzt gar nicht hier. Ich würde jetzt so lieber mit dem Deutz machen, aber der packt jetzt gar nicht hier. Ich würde jetzt so lieber mit dem Deutz machen, aber der packt jetzt gar nicht hier. Ich würde jetzt so lieber mit dem Deutz machen, aber der packt jetzt gar nicht hier. Ich würde jetzt so lieber mit dem Deutz machen, aber der packt jetzt gar nicht hier. Ich würde jetzt so lieber mit dem Deutz machen, aber der packt jetzt gar nicht hier. Ich würde jetzt so lieber mit dem Deutz machen, aber der packt jetzt gar nicht hier. Ich würde jetzt so lieber mit dem Deutz machen, aber der packt jetzt gar nicht hier. Ich könnte die Mauer noch ein bisschen, ich könnte die Mauer in der Front da, das geht besser. Hier hat so eine Mauer und da hinten auch. Mit Festfahren kenne ich mich aus. Die eine oder andere wirst du ja noch wissen. Da war ich schon mal beim Projekt dabei, wo ich ganz viel mit Big A zu tun hatte. Ja, mittlerweile haben sie selber den Kerl, der damals die Scheiße über mich verfabriziert hat, den haben sie selber rausgeschmissen. Aber egal. Dann dachte ich die Prozentzahl. Ja. 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 Mal schauen, wenn der erste Band kommt. 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 Mal schauen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020